hallo mein lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu talking bomb ja dienstag ist wieder bombenschärfen tag und der müller der hilft mir natürlich wieder dabei und das fängt jetzt echt an richtig richtig schwer zu werden weil wir blicken bei den diagrammen nicht mehr durch oder bei den ganzen sachen nicht mehr doll und ja one giant lieb fünf minuten vier module drei strikes was 60 prozent of the time this pump explode every time oh mann oh mann oh mann oh mann also jetzt hat ich zum letzten worte wo man bei mörder waren am donnerstag habe ich mir echt meinen kopf für zermatert ich habe es nicht gedacht so okay wir haben kabel von oben nach unten wieder soll ich erst die anderen ich mache es bei der anderen sache und zwar haben wir einen button ja einen roten button wo holt drauf steht drücken loslassen noch richtig so jetzt haben wir die zahlen wieder hier mit dem wo ich mir merken okay wir haben die vier drinnen stehen vierte position vier drei vier selbe pose wie eins gleiche beschriftung wie phase zwei okay und jetzt steht da eine vier selbe beschriftung wie in phase drei okay habe alles jetzt kommen wir zu den kabeln mit dem komischen wenn diagramm da dieses von oben nach unten ja wie viel kabel hast du denn fünf stück ist irgendeine verbunden mit stern und led ja das ist das dann das mit rot also rote markierung und stern durchschneiden also ja war richtig okay gut dann sagen wir mal dass zwei also dass das nächste kabel welche farbe und blablabla wie das nächste es gibt noch vier ja das nächste kabel welches nächstes war das letzte was ich jetzt gerade durchgeschnitten habe ja gut led stern das ist das nächste ok led wäre ein weißes das ist das ist das habe ich hatte auf das falsche geschaut warum war das dann jetzt richtig achso gut gibt es sonst wo noch ein stern ja mit kabel ja was hat das das ist rot 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 Was ist deine Seriennummer? Die letzte Seriennummer, ist die gerade oder ungerade? Die letzte ist gerade. Hat die Bumpe einen Parallelport? Boah, was sind denn jetzt Parallelport? Ja, er hat zwei oder mehr Batterien? Er hat zwei Batterien. Ne, er hat mehr Batterien. Gut, Port, zwei Batterien, die Seriennummer ist gerade. Welches Kabel war blau? Welche Verbindung? Welches Kabel ist rot, hat Verbindung? Er hat einen Stern. Und die anderen sind alles ohne Stern und LED? Richtig. Das mit dem Stern... Obwohl das andere hat eine LED, weil das mit dem Stern hat keine LED und das daneben hat eine LED, ist aber weiß und geht zu keinem Stern. Das rote mit dem Stern durchschneiden. Richtig. So, weiter. 7, 6, 5... Das weiße. Welches? Ich hab zwei. Mit L, LED. War falsch. Alter, was ist denn das? Du fliegst genauso wie dich durch. Aber du hast doch wenigstens schon mal irgendwie den Kopf gemacht. Während ich ja überhaupt gar nicht da durchgeblickt hab. Null. Null blick ich da durch. Ich muss echt mal... Ich glaub, ich blende jetzt einfach mal das Diagramm hier irgendwo ein. Wenn ich dran denk. Dann seht ihr mal, wie das ausschaut. So, es geht los. Äh, äh... Hieroglyphen. Ah, mal was Leichtes. Ja, und zwar... Sekunde, ich muss erst mal dahin. Achso. Okay. Und zwar das E umgedreht mit den zwei Punkten oben drüber. Äh, ja. Dann das 6. Ähm, E zwei Punkte, 6, ja. Dann diesen, ähm, diesen Dreizack. Ja. Und AE. Äh, 6, E, AE, Dreizack. Richtig. Ja, Labyrinth. Waagerecht A, äh, waagerecht Buchstaben, senkrecht Zahlen, ja? Waagerecht Buchstaben, senkrecht Zahlen. Richtig. Äh, das eine grüne Feld ist auf C, 2. C, 2. Sekunde. Äh, hab ich nicht. Doch, da. Ja. Und das andere Feld ist auf A, äh, wie viel sind's denn? 5. Äh. C, 2, A, 5. Okay. Wo bist du? Ich bin auf, äh, auf C, 5. Ja. Und das rote Ding ist auf, äh, D, 3. Hoch. Ja. Rechts, hoch, rechts. Also ich bin jetzt hoch. Wo bist du jetzt? Einmal hoch bin ich. Das würdest du schnell einsagen. Ja, sag mir die Zahl. Achso, ich spiel jetzt auf, äh, C, 4. C, 4. Rechts. Ja. Zweimal hoch. Hä? Geht doch gar nicht. Ich bin schon da. Geht gar nicht zweimal hoch. Ich war jetzt schon beim Dreieck. Achso. Okay. Was nächstes? Das blöde Ding. Äh, jetzt haben wir wieder diese, diese komischen, diese, diese, dieses, dieses Wort hier, wo du den nach oben und unten legen kannst und dann SAP mitdrücken kannst. Okay. Dieses Buchstaben. Äh, erste Buchstabe. Durchgehen. Sit, 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 sit. Einfach mal schnell. A, D, G, C, J, R, A. Also, da waren wir schon. Gut. Lass mal A. Letzte Buchstabe. Ja. Achso. X, P, B, T, D. T. Mach mal About. A, B, O, U, T. Okay. Ja, war richtig. So, jetzt haben wir wieder Kabel, die komisches Venn-Diagramm da. Das ist komische. Gibt denen es da? Welches Venn-Diagramm? Na, dieses Kabel von oben nach unten mit diesem Markierungsscheiß. Gut. Sag mir, wo ein Stern ist. Wie? Am zweiten Kabel ist ein Stern. Und am letzten Kabel. Gut. Gut. Wo ist die LED? Am zweiten. Also, die eine LED ist mit dem Stern, mit dem ersten Stern verbunden. Ja. Und die zweite LED ist nicht mit dem Stern verbunden. Es steht an... Gut. Welche Farbe hat, äh, welche Farbe, äh, welche Farbe hat das mit LED und Stern? Äh, blau gestreift. Blau-weiß gestreift. Kabel hat rot. Blau-weiß gestreift. Also, blau gestreift. Gut. Ist unwichtig. Ähm. Warte mal, durchgezogen. Da. Ähm. Was ist das nächste Kabel? Da wäre erstmal ein Ding frei und dann wäre das nächste LED. LED, ja. Was hat das? Das ist blau-rot gestreift. Blau-rot. Äh, Seriennummer? Gerade und gerade? Gerade. Das blaue durchschneiden. Welches? Mit LED. Mit LED. Und Stern. Okay, habe ich. Äh, und Stern. Stern wäre da gar nicht. Na gut. Das rote, äh. Gibt kein rotes. Das rot-blau meine ich. Ja, das habe ich gerade durchgeschnitten. Ich habe gerade gesagt, dass ich das durchschneiden. Okay. Aber ich habe noch ein blau-rotes mit Streifen. Und LED? Nein. Stern? Nein. Hm. Stern. Das dürfte das sein. Durchschneiden. Okay, war richtig. So. Das mit dem Stern hat rote, rote Streifen. Rot-weiß gestreift. Durchschneiden. Okay. So, jetzt habe ich noch ein weißes und ein blau gestreiftes. Schnell noch. Nein, zwei Sekunden. Das... Irgendein Stern? Irgendein LED? Ja, LED. Das blaue gestreifte ist mit LED und Stern verbunden. Das blaue. Was ist das blaue? Durchschneiden. Ich habe... Ist blau gestreift nur, ne? Ja, durchschneiden. War falsch. Dann nimm das andere. Okay, haben es geschafft. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Boah. Hör auf, ey. Zum Glück hatte ich jetzt die Arbeit nicht. Ich musste ja einfach bloß schneiden. Boah. Mal gucken, ob wir da noch irgendwie durchsteigen. Irgendwie muss man doch da durchsteigen. Durch dieses scheiß Diagramm. Mal gucken. Ich habe so eine... Mal gucken, ob es hinhaut. Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann bald wieder. Am Donnerstag. Hören wir uns. Und am Dienstag dann nächstes Mal sehen wir uns. Also denn. Tschüss. Tschau sen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.